Das Geld hat's wahrscheinlich gar nicht existiert. In der Mitte. Heute ist auch eine Demo in Kreuzberg. Hab ich vor dem Rall gehört. Ja, hier wird jeden Tag demonstriert. Grund finden wir immer. Das ist nur beim Trinken. Heute Nacht war es auch wieder. Ich glaub, wenn du ihn jetzt nimmst, dann passt das. Ach, wann ist denn die komische Idee?